Ich lege dann gern seine Formtage ein. Seine Form hilft mir, überflüssige Funde loszuwerden, ohne meine Energie zu verlieren. Wenn Sie auf gesunde Weise zu Ihrem Wohlfühlgewicht kommen wollen, fragen Sie nach dem seiner Form Ernährungssystem jetzt in Ihrer Apotheke. Und wenn Sie meine neue CD gekauft haben, holen Sie sich doch auch gleich noch ein paar Kopfschmerztabletten. Eigentlich wollte ich ja nie wieder etwas sagen über ausgedünnte Schunkelmusikanten, die Werbung für Diätprodukte machen. Da hat man immer ruckzuck eine Klage am Hals. Aber um Roberto mache ich mir doch schon fast ein bisschen Sorgen. Ganz blass ist er geworden und wiegt ja auch fast gar nichts mehr. Nee, komm mal mit, Junge. Wir gehen erst mal was anständiges essen. Tiramisu von Zott, das schmeckt so italienisch blott. Das schmeckt so italienisch blott. Ja, die lege ich nicht gut. Das schmeckt so italienisch blott. Tschüss, das schmeckt so italienisch blott. Und jetzt ist der Ratsch, der im Keller nicht gut. Wir gehen erst mal. Das schmeckt so italienisch blott. Stprechen, das Guckerttu. Und jetzt ist er帅兄, dass der Ratsch ist leer ist. Und jetzt ist er neben dir. Und jetzt ist er bei bei uns Schubstabletten. Und? Ja, ich merke es. Das ist ja toll. Ich habe schon seit langem nach einem guten Bauchmuskeltraining gesucht. Wenn ich erst zum Fitnessclub fahren muss, dann finde ich mehr Zeit im Auto als beim Training. Das ist ja super. Also gefällt Ihnen gut? Das gefällt mir sehr gut. Es ist ganz einfach zu benutzen. Ich habe jetzt gesehen, Sie machen jetzt nur diese eine Übung. Jetzt gibt es aber noch eine andere. Ach, wirklich? Ja, und zwar für die, das war jetzt diese Muskulatur hier. Richtig. Jetzt haben wir aber noch die Seitmuskulatur. Da müssen Sie die Beine anwinkeln und zur Seite legen. So. Einfach zur Seite, ganz genau. Und jetzt wird die selbe Bewegung ausüben. Sehen Sie? Ha, wirklich. Ja, jetzt merke ich es an der Seite. Nein, das ist ja großartig. Sowas von vielseitig. Da denkt man, das zieht nur in der Mitte, aber dann wie durch Geisterhand zieht das auch noch an der Seite oder spannt im Schritt. Toll, super. Das freut einen doch auch als Kunden, wenn man wenigstens professionell beschissen wird. Und wer sowas mag, der kann sich diese großartigen Käufer-Verarschungs-Shows jetzt fast jede Nacht gleich stundenlang auf diversen Sendern reinziehen. Neuerdings sogar als deutsche Eigenproduktion. Germanische Hänflinge aus der freiwilligen Schauspiel-AG der Industrie- und Handelskammer spielen die Kasperle-Version beliebter amerikanischer Trash-Commercials. So schlecht, dass sich einem die Kreditkarten aufrollen. Aber trotzdem, kein Vergleich zu den Originalen. Hey! Es geht Ihnen viel zu gut. Was denken Sie? Ein riesiger Mood-Propa? Ja. Was ist das? Ja, sicherlich, aber ich will zeigen, dass die meisten Leute 10 Kilo zu viel wiegen. Stimmt's? Ja, stimmt. Ich verrate Ihnen was, Leute. Ein dickes Gesäß ist okay, aber ein dicker Bauch kann sie umbringen, okay? Und ich zeige Ihnen einen Trickfilm von uns mit dem Titel Joe Spitzbauch. Aufgepasst! Hier ist er gut in Form. Er hat noch Haar und hier ist er älter und kriegt einen Bauch. Er hat Herzprobleme, er hat Rückenschmerzen, er ist ein Wrack. Dann sieht er die Abs-Only-Machine. Die Talie wird schlanker und straffer, sein Rücken wird besser. An der Glatze konnte ich nichts ändern. An der Glatze konnte ich nichts ändern. Am Zopf auch nicht. Am Zopf auch nicht. Ja, hey, mein Name ist Tony Little und jetzt können Sie raten, ob damit der Inhalt von meinem Kopf oder meiner Hose gemeint ist. Aber mal Scherz beiseite, ich will Ihnen helfen. Viele Leute haben einfach zu viel Geld. Und was tun sie? Sie schleppen es in dicken, schweren Portemonnaies mit sich herum, in ihrer Hose. Das zieht sie herunter. Ihr Rückgrat wird krumm und fängt an zu schmerzen. Sie werden ein Wrack. Ihre Haare und Zähne fallen aus. Sie bekommen einen Buckel. Ihre Frau verlässt sie und sie verenden elendig in der Gotze. Das muss nicht sein. Glauben Sie mir. Ja, wirklich, Sie können mir glauben. Kann so ein Zopf lügen? Geben Sie mir Ihr Geld. Ich verkaufe Ihnen dafür irgendeinen kleinen Schrotthaufen. Ihre Hose wird leichter. Sie gehen wieder gerade und es geht Ihnen gut. Denn lieber arm und gesund als reich und krank oder etwa nicht? Na also, bestellen Sie jetzt bei Tony Little. Und wir machen weiter mit ein paar Stimmen zu unserem nächsten Produkt. Das ist einfach verblüffend. Noch nie habe ich etwas gesehen, das sich so bewegt. Das ist unglaublich. Also wirklich, Wahnsinn. Ich bin einfach sprachlos. Was soll ich sagen? Sie hat mich absolut begeistert und mir wurde klar, was mir in all den Jahren gefehlt hat. Es ist absolut phänomenal. Ich habe noch nie so etwas Gutes gesehen. Wirklich, glauben Sie mir. Echt toll. Es ist Wahnsinn. Klasse. Sie werden das vermutlich verbieten. Sie werden es verbieten müssen. So viele Fische hat der Köder aus dem Becken geholt. Der ist so gut, dass er verboten gehört. Es ist wirklich toll. Der reine Wahnsinn. Ich bin auch ganz aufgeregt, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Eigentlich wollte ich sowas auch noch nie sehen. Aber jetzt, wo ich dafür Geld kriege, dass ich hier sage, wie toll ich das finde, finde ich es einfach toll. Ja, Wahnsinn. Wirklich. Ich habe mit dieser Arschritze, Ellritze, jedenfalls mit diesem Plastikfisch mehr gefangen getan, als wie je zuvor. Obwohl ich noch nie geangelt habe. Sie hören es ja selbst. Ich bin wirklich sprachlos. Toll. Wirklich. Wahnsinn. In echt jetzt. Wirklich. Ich glaube, ich koche mir den jetzt in der Mikrowelle. Ein Moment, Joe. Jedermann weiß, dass man kein echtes Essen kochen kann in der Mikrowelle. Au contraire, Madame Maddy. Das ist jetzt vorbei, Maddy. Sieh das nicht wie echtes Essen aus. Zart, saftig gerüstetes Huhn in 18 Minuten. Nicht anderthalb Stunden. Ein doppelter Schokoladenkuchen. Ganz perfekt in 12 Minuten. Nicht 45. Dank MicroWise. John, was ist MicroWise? MicroWise ist die neue Art zu kochen. Vergessen Sie all die Märchen über die Mikrowelle. Pete, her mit der Kanone. John, was machen Sie da? Ich zerstöre all die Märchen über die Mikrowelle. Oh, John, Sie sind ja verrückt. Au contraire, Madame Maddy. Ich bin vollkommen normal. Ich habe nur mein Gehirn in der Mikrowelle gebraten. Und es war durch in nur 12 Minuten, Maddy. Haha, ich bin Bazooka Joe. Und jetzt stecke ich mir diese Bombe in die Hose. Und zerstöre all die Gerüchte darüber, dass ich wahnsinnig geworden bin. Und danach koche ich mir noch einen Schokoladenpudding und einen Zwergpudel in der Mikrowelle. Und sprenge dann Amerika in die Luft. Dann muss man mir doch einfach glauben, dass dieses Geschirr super ist. Oder, Maddy? Wo ist meine Bazooka? Ich möchte noch etwas diskutieren. Maddy! In meiner Band spielst du die erste Geige. In meinem Film bist du der Regisseur. In meinem Garten bist du der Gärtner. Und im Urlaub der Strand am Meer. Im Kölner Dom bist du die dicke Glocke. Und im Karneval der Schell. Und wenn ich nachher vom Fernseher hocke, bist du der Held in meinem Lieblingsfilm. Ganz egal, was du machst, ob du weinst oder lachst. Oder dir in die Hosen machst, du hast sicher schon gemerkt, dass ich nicht singen kann. Doch seien wir ehrlich, wen kümmert das schon? Wenn Heintje Lauterbach, der sympathische Mega-Macho mit dem Drei-Tage-Hirn und der sexversprühenden Halbglatze, mit rauer Zärtlichkeit an seinen whiskygewichsten Stimmbändern zupft und dabei versonnen den Mikrofonständer begattet, dann schaut sicherlich so manche Frau daheim zu ihrem Mann herüber und denkt, was doch für ein uninteressantes Arschloch. Aber, meine Damen, bedenken Sie bitte eins. Heini Lausebach nimmt ja auch Männlichkeitspillen und wirbt sogar dafür in der Zeitung. Denn, danke Schwanzus Longus oder wie das Zeug heißt, ist er, Zitat, rund um die Uhr leistungsfähig. Man braucht vor allem Energie. Man muss dieses berühmte Feuer in sich haben und sprühen. So unterscheidet man sich von den Langeweilern und hat die Nase vorn. Hey, cool, Lauti, ehrlich. Hört sich super an. Aber bitte verstehe mich trotzdem. Wenn die Nebenwirkungen solche missglückten Westernhagen-Parodien sind, dann versuche ich es lieber weiter ohne Pillen, okay? Juppidi und Fikita, hoppsa, schaffi, dra-la-la. Ja, wissen Sie was? Es hört sich unglaublich an. Aber ich denke wirklich, unsere Eltern haben versucht, uns als Kinder irgendwie loszuwerden. Die haben uns zum Beispiel an der Wasserrutsche im Heidepark Soltau angekettet und sind dann nach Hause gefahren und ganz schnell umgezogen. Oder sie haben uns immer zum Federballspielen auf den Autobahnzubringer geschickt und im Fernsehen nur Filme über Lemminge gucken lassen und sowas. Aber verstehe ich gar nicht, warum. Weil wir waren schon als kleine Kinder genauso fröhlich und gut drauf wie heute und haben von morgens bis abends nur gesungen. Juckt mich hier und kratzt mich da. Papa liegt auf der Mama. Naja, jetzt haben unsere Eltern erstmal einen Antrag eingereicht, ob sie ihr Sorgerecht über uns ablehnen und auswandern können. Also, falls Sie Lust hätten, uns zu adoptieren, dann rufen Sie ruhig an. Wir würden dann auch immer für Sie singen. Wie ein wildes Tier hab ich die Zeit verschlungen. Dann im Morgenlicht, dann im Morgenlicht, nach Atem gerungen. Ich trieb einfach davon in dieses Niemandsland. Da war nur ich und mein Schatten an der Wand. Plötzlich umhüllte mich ein Licht so hell. Du warst wie Feuer am Ende vom Tunnel. Ah, Scheiße! Oh Mann! Ja, so ein Idiot! Und ich hab noch geblinkt am Ende vom Tunnel. Aber wenn der da stehen bleibt wie ein Zwerg und nicht zur Seite geht, dann hat er doch selber Schuld, der Trottel, oder? Kann ja nicht auf alles achten, hab auch so genug zu tun. Ich bin nämlich der Lagerverwalter von Sat.1 und muss ja alles ein bisschen sauber halten. Und was meinen Sie, was ich da so jeden Tag für Paletten von Schrott hin und her fahren muss? Denn so viel Müll wie bei Deutschland heute Morgen wird sonst nirgendwo produziert. Das kann ich Ihnen verraten. Aber jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss erstmal diesen komischen Alexander Helmer vom Boden kratzen und in der Schrottpresse ein bisschen zusammenwürfeln lassen. Damit er nicht doch noch wieder zu sich kommt und weiter sinkt.